Von Oscar-Preisträger David Putnam als Produzent ein Film von Istvan Schabo, Regisseur des mit dem Oscar ausgezeichneten Films Mephisto. Ich habe mich in Paris nie so wohl gefühlt wie jetzt. Die Diva war launisch. Die Inszenierung empörend. Ich liebe Wagner, er dreht sich im Grab um, wenn er das sieht. Darf ich mich bekannt machen, das ist meistressant. Hat man Ihnen erzählt, was ich über Sie gesagt habe? Nein. Das ist aber schade. Die Künstler wollen nicht mitspielen. Schwula! Kommunisten, Nazi! Ich brühe die Fula! Können wir denen nicht endlich das Maul stopfen? Und niemand versteht das andere in Sprache. Sie verstehen doch Ungarisch, ne? Mir geht's. Bravo. Ein Meisterwerk. Was ist los? Schöpferischen Wahnsinns. In einem ist die Freiheit. Da drin. Passion, Leidenschaft, Liebe, Intrigen, Wahnsinn. Und die Overtüre hat noch nicht einmal begonnen. Ich kann die Arbeit nicht mit meinem Privatleben vermischen. Nils Ehrestrup, Glenn Close. Zauber der Venus.